Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Er bedeutet mir wahnsinnig viel und vor allem ist es der Preis für den Schlager und meine Fans. Ich glaube ganz, ganz fest weiterhin an den Schlager und schön, dass wir international Newcomer den geholt haben. Und ich weiß, ganz allein ist es den Fans zu verdanken und einem großartigen Team. Und ich freue mich gigantisch und kann es noch nicht so ganz glauben. Also es ist echt toll und es bedeutet mir sehr, sehr viel. Was ist denn Ihr Erfolgsgeheimnis? Da gibt es keine Geheimnisse, das ist es glaube ich. Dass ich um mich kein Geheimnis mache, sondern einfach so bin, wie ich bin. Und schön, dass mich die Leute so mögen und in die Herzen schließen. So wie ich sie alle auch in die Herzen schließe, so wie sie sind.